Hänsel und Gräte Oh, da schaut eine alte Hexe heraus Sie lackt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus Sie stellte sich ganz freundlich, oh Hänsel, welche Not Ihn will sie braten in Ofen braun wie Brot Doch als die Hexe scharf, den schaut hinein Ich bin sie gestoßen von Hans und Grätelein Die Hexe muss verbrennen, die Kinder gehen nach Haus Nun ist das Märchen von Hans und Grätelein Ich bin sie gestoßen von Hans und Grätelein Ich bin sie gestoßen von Hans und Grätelein